Jo Leute, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wieder mit einem Boxlernvideo nach etwas längerer Zeit. Das Thema ist heute die vier Todsünden im Infight. In der Haus wieder, mein Newcomer Merez Idrisi. Ihr kennt ihn mittlerweile, checkt sein Instagram-Account, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und by the way, auf meinem Instagram-Account findet ihr auch richtig coole, kurze Boxskills. Auch unbedingt abchecken. Das erste und absolut Wichtige im Infight, dass ihr die Decken übernimmt. Leute, es gibt nur einen Floyd Mayweather. Wann ist die Gefahr am größten? Wenn der Gegner nah an euch dran ist. Und was im Infight definitiv der Fall ist. Das heißt, eine richtig kompakte Doppeldeckung. Keine Experimente in der Kampf. Das kann euch wirklich, dafür werdet ihr viel Lehrgeld bezahlen. Und gerade an die Jungs, die noch nicht so lange mit dabei sind. Deckung hoch, ja. Der Gegner nähert sich mir, ja. Kommt nah mit einem wilden Schlag hagel, ja. Und ich bin hier kompakt. Meine Ellbogen decken meine Rippen bzw. meinen Körper, ja. Meine Feuchte decken mein Kinn, meine Schläfe. Und ich bin sicher, ja. Was man oft gesehen hat und auch in die Hose gegangen ist. Hier solche Sachen irgendwie, ne. Auf Feli Schell machen. Drei Kämpfe gemacht, ja. Und die Deckung fallen lassen. Wenn er denn hier und wenn ich das hier nicht so gut beherrsche und mit seiner Rechten drüber kommt, dann ist Ende im Gelände, Leute. Und ihr solltet wissen, es gibt auch ein Leben nach der aktiven Boxkarriere. Wenn du ein paar Kämpfe machst, ja. Und so viel mitnimmst, dass du dann so eine Nase hast, ja. Du willst auch noch das 1x1 nach deiner Boxkarriere beherrschen. Jeden Treffer, den du vermeiden kannst, zu nehmen, vermeide ihn. Das ist mein Tipp. Die zweite Todsünde, Leute, dass du deinen Blick vom Gegner abwendest bzw. nicht hinschaust und den Kopf unten hast, was man sehr oft sieht. Die gefährlichsten Schläge im Kampfsport sind die, die man nicht sieht. Bedeutet, wenn ich runter schaue, ja, und er schlägt und ich weiß nicht, was er schlägt und die und mich das Ding trifft, ja, ist das wirklich eine Bombe, die explodiert und das auf meinem Gesicht. Unbedingt hinschauen, ja. Denn wenn du nicht hinschaust, A, ist die Gefahr sehr groß, dass du nicht schaffst, zu meiden, zu blocken. Und B, du bist nicht in der Lage, zu ziehen, ja. Wenn ich mit dem Kopf hier unten bin, ja, wo soll ich wissen, wo er steht? Vielleicht bewegt er sich hier rüber und ich hau hier Luftlöcher und fall noch vielleicht durch Seil hier, wenn ich das in der Ecke mache. Also, Leute, Blick nach vorne, ja. Wenn du über die Straße gehst, ja, wohin schaust du, schaust du runter, ja, sei dir sicher, du wirst ganz schnell vom Auto erfasst, du wirst ganz schnell überfahren, ja. Aufmerksamkeit, Blick ist Richtung Gegner, Kopf ist oben. Wenn ich den Kopf hier unten habe, schaut mal, wie ich den von hier aus zerstören kann. Die Schläge von oben nach unten, diese Overhands, ich weiß nicht, ob die jemand von euch schon mal abbekommen habe, ich wünsche es keinen, ich wünsche es keinen. Die tun sauweh und die beenden Kämpfe, die Dinger. Hier, ich kann hier hinhauen, ich kann ihn aufs Ohr hauen, ich kann ihn auf die Halsschlagade hauen, ja. Er sieht nichts, ja. Leute, Blick nach vorne, ganz, ganz wichtig. Die dritte Todsünde im Infight, ja, dass viele so fokussiert auf den Angriff sind und dabei vergessen, sich selber zu decken. Das heißt, wenn die eine Hand im Infight schlägt, musst du mit der anderen Hand decken, weil wenn der Gegner sich wehrt und mitschlägt, ich demonstriere euch, ja. Ihr seht hier, meine Hand ist oben, seine geht runter. Er ist völlig verloren, in seiner Welt mich zu treffen, ja. Emotionen, Wut, greift mich an, will mich mit aller Kraft treffen, beziehungsweise ausknocken. Ich, emotionslos, cool und erfahren, weiß, ne, beide Hände oben, meine Augen sind Richtung Gegner, Übersicht behalten, er lässt die Hand fallen. One. Schaut euch die brutalsten Knockouts 2018, 17, 16, 20, 21 an. Ihr werdet sehen, in den brutalsten Knockouts handelt es sich immer um ein Konter. Das heißt, der Gegner wird während des Schlagens brutal abgefangen. Das sind, nicht nur meines Erachtens nach, das sind im Boxsport die brutalsten und gefährlichsten K.O.s. Leute, guckt mal, Canelo. Der Typ haut wie ein Pferd, ja, und hat so, so einen Ballon, ja, hat von Triple G die Schläge genommen, als wäre das das normalste in der Welt. Wenn der seinen linken Haken schlägt, guckt mal, wo er seine Rechte hat. Guckt mal, wie er seine Deckung hat, wie sehr er das trainiert, immer wieder, dass er die Rechte hier oben hat, sein Kinn, seine Schläfe deckt, ja. Du bist nicht in der Lage, permanent alles zu decken, aber wenn man hinter dem Kinn ist, hat sie einen kurzen Weg zur Schläfe, ja. Das sind paar Zentimeter. Hand liegt hier, ja, und ich gehe hier hoch zur Schläfe, falls er zur Schläfe ansetzt, ja. Oder umgekehrt, ja. Nochmal, Leute. Er schlägt, ja, lässt dabei die Deckung fallen, ja. Egal, was ich schlage am Ende des Tages, ich kann mir aussuchen, ja, situativ, ne. Weil wenn sie in der Hand fällt, und ich nah dran bin, aufwärts, seit, aber auch gerade, ja, sehr gefährlich, Leute. Ja, wenn das die Top-Leute, wenn die da drauf achten, und gerade im Infight, wo diese wuchtigen Schläge, in den Haken, wisst ihr selber, das ist kein Geheimnis, da ist unheimlich viel Wucht drin. Wenn so ein Ding sitzt, kann der Kampf schneller vorbei sein, als die Lieblings. Keep your hands up. Die vierte und letzte Todsünde, das Verharren auf einer Stelle, in Doppeldeckung. Du kannst mit der kompakten Schläge eins, zwei, drei auffangen. Aber zum Beispiel, Chris Eubank Jr., ich weiß nicht, ob der euch was sagt, wenn seine Gegner in der Doppeldeckung stehen bleiben, und der schlägt echt einen perversen Aufwärtshaken, ne. Baller da drauf los, ne, also gäbe es kein Morgen mehr. Bedeutet, ja, wenn ich in Doppeldeckung, ein, zwei, drei Hände, gerade wenn ich mit dem Rücken zum Seil bin, abfange, ja, klar, so, oh, ja, dass ich was unternehme. Bleib nicht wie ein Tannenbaum stehen, ja, dann wirst du abgesägt. Ja, wenn du da stehen bleibst, ja, und lädst ihn dazu ein, drauf zu ballern, ja, eine kleine Unachtsamkeit, zwei Hände auf die Doppeldeckung, drei, spätestens beim vierten Schlag, oder beim fünften Schlag, musst du entweder, du veränderst den Winkel, ne, drehst dich hier rüber, ja, oder er schlägt Haken, ja, blockst den ersten, ja, verteidigst dich, ne, beziehungsweise rollst durch, oder ich drücke gegen, schlag auf mich ein, ne, genau, ich drücke geschlossen gegen, ja, und dränge ihn zurück, aber lass dich nicht in Doppeldeckung vergewaltigen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, sieh zu, dass du dich besser positionierst, und merke dir, Angriff ist die beste Verteiligung. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte heute euren Boxhorizont um einiges erweitern, ich verspreche euch, wenn ihr das anwendet, wird das auf jeden Fall hilfreich für euch sein, Abo dalassen, Video teilen, und unbedingt in den Kommentaren reinschreiben, was ihr in Zukunft so von mir sehen wollt, und ich verspreche euch, ich werde auf jedes einzelne Kommentar eingehen, bis bald, buh, buh, bang!